Die reflektiert zurück. Polly, würdest du unseren Zuschauern bitte mal erzählen, was du heute gemacht hast? Ja, aber die Augen geklemmert hast du auch. Polly ist ganz schön müde, weil sie auch heute viel gelaufen ist und viel gesehen und gerochen hat. Fenn, willst du es erzählen? Jetzt erzählst du es. Polly will erzählen? Erzähle, was hast du? Erzähl mal den Zuschauern, wo du warst, Polly. Ja, da warst du. Was hast du da erlebt? Was hast du da erlebt? Erzähl mal. Ja? Das war spannend. Ja, fein. Ja? Das war spannend. Oh ja, oh ja. No? So, die Polly hat euch jetzt ja schon alles erzählt. Und dann dürft ihr gespannt sein. High five. Ja. Was ihr bald zu sehen bekommt. Ja.